so hallo die nächste schnelle aufnahme am abend vor dem tag an dem das video rauskommen soll ich muss irgendwie erst ich weiß nicht falls die woche mal kein video kommt dann habe ich es einfach nicht rechtzeitig geschafft nur dass ihr bescheid wisst jetzt gerade schaffe ich es wieder also sonntag gibt es ein video das ist jetzt das was ihr gerade guckt herzlichen glückwunsch ihr guckt gerade das sonntags video und wir sind stehen geblieben in dem level nicht in aber nach dem level dass ich gedacht habe geprägt zu haben ja hf hat da einen sehr guten kommentar dazu geschrieben und zwar den dass ich doch den schlüssel eigentlich nach dem midwaypoint gar nicht mehr haben dürfte also ich meine normalerweise stirbt man da irgendwann wenn man nicht gerade sich durch selbst datet und dann ist der schlüssel weg deswegen bin ich der meinung wir sollten das level noch mal vernünftig spielen und zwar also am anfang den schlüssel der ist ja scheinbar legitim also den den ich den bekommen also den komme ich offenbar nicht den hier nach der dass das ist der collinschlüssel aber der da oben so der scheint ja legitim für das level zu sein deswegen würde ich jetzt auch einfach gerne noch mal ordentlich bis zum midwaypoint spielen und dann ohne schlüssel nach dem midwaypoint weitermachen ich denke so viel so viel bin ich dann dem level auch schuldig dass wir das noch mal ordentlich machen so jetzt wird mich allerdings interessieren ich glaube aber nicht ich glaube den pilz darf ich nicht also ich meine da hat mehr der hat er weil es ist okay nevermind ich hab nichts gesagt der haut eh ab passt so wie war das jetzt also zack ja perfekt okay nein der kommt noch nicht jetzt perfekt so und jetzt kann ich hier gechillt den schlüssel da hinlegen und alles ist cool okay jetzt kommt der nächste schwarzen aber ich denke das war ich meine ich habe diesen blauen block nicht benutzt ja aber ich brauche ihn halt auch wirklich nicht also ich wüsste wirklich nicht wofür der an der stelle gut ich meine ja man könnte damit wahrscheinlich den stein da weg machen aber ich kann ja genauso gut auf dem stein spin jump also vielleicht ist meine variante da die dümmere aber das ist ja nach wie vor hier ganz legitim was ich da tue klar es ist auch wieder mit safe states und wahrscheinlich ist es ohne selbst also wenn man keine selbst jetzt hat ist das vielleicht eine variante die nicht so leicht möglich ist das ist durchaus der darf nicht runterfallen okay das ist durchaus im bereich des möglichen dass das halt nicht der ist richtig heute habe ich richtig schlecht gesetzt oh mein gott den habe ich richtig schlecht ist wir haben das gerade geschafft dass der doch noch am leben bleibt nein ich habe mich doch gerade irgendwie ja okay so perfekt ich war zwar ziemlich dumm alles aber es hat funktioniert so also und den anfang mit schlüssel spielen das sehe ich noch also das muss noch legitim sein nicht dass ich jetzt also jetzt kann ich eigentlich wegwerfen war jetzt ja genau also jetzt machen wir das noch mal gescheit so und wenn ich jetzt hier nämlich sterben würde ist klar dann startet man hier und dann hat man auch keinen schlüssel mehr so und jetzt sind wir genauso wie wir sein sollen und jetzt können wir noch mal gucken wie das eigentlich gedacht war dieses level ich habe ja hier alles mit dem schlüssel irgendwie gemacht also gefühlt habe ich den die ganze zeit benutzt so also insofern danke an hf für den für die aufklärung ich habe da überhaupt nicht dran gedacht dass ich dadurch durch die states durch den schlüssel hier nein durch die states das mit dem schlüssel mir vereinfacht habe den hat man natürlich nicht mehr und jetzt kommt die stelle mit der mit der säge jetzt gucken wir mal da muss ich ein bisschen aus okay ich muss ein bisschen aushalten und dann okay ich muss einfach den rechten block stehen lassen das ist nicht das problem okay so jetzt muss ich die säge los schicken ach okay stimmt ich darf die lücke ich darf da keine lücken machen mhm interesting very interesting sogar ja aber okay das ist das macht jetzt wirklich interessant ich bin mal gespannt wie wir das hier lösen so nicht nein das ist aber das ist schon eine interessante stelle so ohne schlüssel hat das was ich dachte ich komme bis hoch ich dachte ich komme bis hoch die frage ist komme ich bis hoch oder ist das ein bild ich glaube ich komme schon bis hoch oder das ist als ein bildung ich könnte sogar ich kann ja hier gechillt ganz gechillt ein bisschen hin und her sausen so okay das kann ich dann doch nicht ja so ist gut so ist optimal jetzt drauf ja hallo irgendwie so einen komischen linkstrall noch dabei so und jetzt machen wir das nächste mit dem nein machen wir das nächste mit dem anderen ich schmeiße gerade hier meine halben Blätter rum und jetzt zack gleich auf den drauf wenn er noch da oben ist nein nein ah ah wobei wir können ja erstmal den Block weg ah doch das ist eigentlich sogar das ist sogar ganz gut dann machen wir den Block erstmal weg und jetzt kann ich dann perfekt ah ich glaube das reicht nicht ich glaube da komme ich nicht hoch ne okay wie ist das dann gedacht okay wahrscheinlich wahrscheinlich auslösen nochmal auf die Säge also schnell auslösen dann nochmal auf die Säge und dann kann ich den mitnehmen ja so könnte es gedacht sein puh ah nein ich habe eine Idee glaube ich geht das dass ich jetzt ja das geht perfekt perfekt der ist jetzt ja runtergefallen ne und jetzt müsste ich doch ja das geht okay muss nur gut springen perfekt okay so ja jetzt können wir das gleiche machen wie mit dem Schlüssel nur dass wir jetzt den Schlüssel nicht mehr haben aber damit komme ich ja genauso hier rüber okay war außer hier noch irgendwas mit dem P-Switch ich kann mich nicht erinnern dass hier noch irgendwas mit dem P-Switch sonst war so und jetzt ist die Stelle so gedacht dass ich den Block da wahrscheinlich weg mache und dann fällt es ja einfach da richtig runter wie ich es auch brauche ja okay perfekt das ist sogar viel einfacher als mit dem Schlüssel oh mein Gott das ist so viel einfacher als mit dem Schlüssel so und jetzt gucken wir mal was hier gedacht ist ah ich glaube ich habe schon verstanden ich darf nicht getroffen werden ich muss an der an der an dem Netz dann ja okay ja okay also gut das war jetzt nicht so schwierig passt damit haben wir das ganze jetzt richtig gelöst also mit Save States noch klar aber richtig gut ja und so viel so viel muss dann doch schon also so weit bin ich dann doch dass ich sage das das muss schon richtig sein was wir hier machen okay ich schätze zu diesem Level kommen wir halt auch wenn wir dieses hier oben spielen und ich denke der normale Weg geht aber erstmal hier lang deswegen würde ich jetzt erstmal hier oben längs weiter gehen ich denke das wäre der normale Weg gewesen bin mir nicht sicher wir gucken mal mundus mulus oder irgendwie so keine Ahnung was kommt jetzt oh haut es komplett ab das Wasser also dann sofort drüber und hier hoch okay oh weia das wird ein stressiges Level nein ich dachte ich hab's na kaiser trap why sehr gut gleich weiter gleich weiter gleich weiter nein das ist nicht gut okay ich muss hier warten ne ah doch ich kann hier stehen ich kann hier stehen ne war meint alles gut alles ist super ah und dann ach so aber das ist auch nicht das Problem weil ich kann jetzt ja hier drüben stehen ich hatte ja immer eine Fläche an der ich stehen kann und dann kommt eh das Wasser schon wieder ja schön okay noch ist es nicht so stressig hab ich schlimmer erwartet ich nehme an die soll wenn wir im Wasser sind darüber kommen jetzt müsste das Wasser kommen ja aber zu langsam verstehe jetzt kommt der passt der nicht aber jetzt nein ich hab die nicht mitgenommen okay das müssen wir nochmal abwarten das ist noch nicht perfekt jetzt nice okay bisher alles gut okay da muss jetzt einfach nur in dem Wasser landen dann ist auch alles cool ist jetzt nicht das große Problem hier ran da kann ich rein okay hier regnet's hä hier ist einfach nix oh ähm ich hab Angst passiert hier gleich irgendwas nö okay die fallen auch nicht runter äh okay wir gehen wieder wait ich kann nicht mehr hä soll das so ist das ah ja doch ich verstehe klar das ist eine Röhre falls man es versaut falls man hier oben klein landet und nicht weiter kann wofür warum ist da unten wieso soll ich da hin so was will ich denn die münd ich mein okay oh ich muss klein werden wie soll ich denn den fisch du jetzt wieder hin? Nein! Das war ja interessant. Okay, ich hab ne Idee. Nenn ich so. Ja, nice! Ein nettes Rätsel auf jeden Fall. Verstanden. So. Okay. Okay, der To-to-to-to-Kolle. Ja. Wie mach ich? Wie soll ich denn? Was soll ich denn hier jetzt? Ah! Ich glaube, ich hab's verstanden. Nein. Ich glaub, der ist einfach nur, der soll einfach nur ein Hindernis sein. Ich glaub, der soll gar keine Hilfe sein. Einfach gleich weiter. Ja, ja. Okay, den brauch ich gar nicht. Wär's einfach nur ein Hindernis. Und dann hier... Nein! Und dann hier jetzt mit nem schönen geduckten Sprung hier rüber und alles ist cool. Okay. Ich hab' mir das viel, viel stressiger vorgestellt. Ich weiß nicht, wie viel stressig es noch wird, aber bisher ist es okay. Also mit Safe-States selbstverständlich. Ich muss das immer wieder dazu sagen. Weil alles, was ich hier tue, ist basiert auf Safe-States. In einem Hack, den man... wenn man sehr gut ist, durchaus ohne Safe-State spielen kann. Also ein HF spielt den halt ohne Safe-States, ne? Das ist mir bewusst. Nein! Ich war zu... Das ist alles. Ich dachte, das passt noch nicht. Aber es passt. Passt wieder nicht. Nice. Ich mein, mit drei Millionen Safe-States hat man es dann halt auch wirklich recht easy irgendwann geschafft. Das ist... Ja. Oh, den muss ich bestimmt mitnehmen. Ja, 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 ja. Das passt genau. Das passt gerade genau. Zack. So, und der muss jetzt nämlich weiter. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur, wie ich es timen muss. Wir probieren es mal so. Ach, da ist eh kein Wasser. Okay. Ja, okay, aber das sieht jetzt aus, als ob ich hier wirklich meinen Pilz verlieren muss. Ja. Gut, wir scrollen. Oh. Der muss so rein, dass er über das Wasser geht. Genau so. Schöne Idee auch wieder. So. Kommt da auch nochmal was? Ja, da kommt auch nochmal Wasser. Okay, alles klar. Hm. Nein. 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 Nein, nicht so hoch. Hoppala. So. Okay, den Mund gönnen wir uns jetzt mal. Der sollte machbar sein. Ach, der... Hä? Ach, den muss ich wahrscheinlich auch. Ja, okay, okay, okay. Ja. Ich dachte erst, ich dachte erst, der geht anders, aber der geht genauso. So. Okay. Oh, jetzt muss da das Wasser rein. Könnt's ja sogar schaffen, die wahrscheinlich vorher zu killen. Wobei... Ah, nee, 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 nee. Das Wasser kommt vorher. Ja, nee, alles gut. Aber wait, kann ich so? Nee, die kill ich auch einfach direkt zurück. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht das Problem. Ja, und da muss ich jetzt halt wieder das gut timen. Aber das war jetzt... Das war jetzt mal zum einfachen... Das war jetzt mal am einfachsten zum timen, muss ich gestehen. Schön, schön. Schönes Level. Schönes Level. Damit haben wir das andere Level nochmal richtig abgeschlossen. Und dieses hier gespielt. Jetzt haben wir aber wirklich erst 20 Minuten. Jetzt gehe ich noch in das nächste Level rein. Also, jetzt nehmen wir uns mal die Zeit für ein drittes Level in dem Part. Okay, das ist ein Eissee. Geht das Ding wieder weg oder war ich jetzt schon zu langsam? Nee, also so schnell kann ich da gar nicht hin. Der muss wieder weggehen. Oh. Okay. Okay. Das ist ein... Also, es ist ein Präzisionslevel wahrscheinlich. Was halt dann, wenn man Safe States nutzt... Ja. Was halt dann, wenn man Safe States nutzt, so ein bisschen seine Magie verliert, weil man die Präzision dann gar nicht spürt. Na, den Nervenkitzel, dass es passt. Heißt ja... Heißt ja... So. Oh, jetzt hängt er da oben fest, wegen dem Fisch. Das ist ja auch witzig. Das war vorher nicht. Ich will mal kurz gucken, ob die mancher töten. Aber die sind ja aus Eis. Die dürften nicht töten. Okay, so viel dazu. So, jetzt will ich das so aus. Okay. Ja, es ist ein Präzisionslevel. Das war wahrscheinlich nicht so gut. Der darf nicht sterben. Der muss leben. Jetzt. So, und jetzt muss der... Iiiiiiiiihihi. Okay. Das ist auch wieder interessant. Oh mein Gott. Rübe, 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 rübe. Okay. Also ich darf den nur ganz leicht im Prinzip losschicken und dann muss ich schon umdrehen. Ah, es hat noch nicht gereicht. Jetzt. Um, 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 um. Okay. Und da hoch. Nice. Okay. Da muss ich... So. Ich mag aber die Kombination aus Eis und, und Eis. Das ist ziemlich interessant. Ich muss den bekommen, ne? Ich wollte... Ich dachte jetzt, ich muss den bewusst zu Yoshi lassen, aber nein, ich muss den bekommen. Aber das ist halt relativ einfach, den zu bekommen. Aber den zu Yoshi lassen ist noch einfacher, also. Ja. Kann es nur so sein, dass wir ihn bekommen. Okay, ja, jetzt brauche ich ihn hier. Ja, okay. Gut. Also ohne Saves jetzt würde ich da... Keine Ahnung. Ich würde es erstens wahrscheinlich gar nicht schaffen. Und wenn, dann würde ich da ewig... Scheibenhonig. Wenn, dann würde ich da ewig dran sitzen. Oh, jetzt zieht es einen nach links. Oh, und der Pilz zieht... Den zieht es ganz weg. Okay. Also der State war schlecht. Muss da jetzt praktisch... Muss schnell zum Pilz. Aber gleichzeitig... Oh mein Gott. Aber gleichzeitig darf ich nicht in das Ding... Also ich höre auf, mich nach links zu ziehen. Und ziehe mich erst nach links, wenn ich es möchte. Jetzt. Boah, Alter. Und dann da unten schnell durch. Okay, wuff. Okay. 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 Boah, Junge. Das ist so knapp, ne? Okay, jetzt go! Hmm... Okay. Aber ich wette... Oh nein, ich wette, ich muss an dem auch noch vorbei... Nein! Ich muss an dem Save auch noch vorbei. Oh Gott, ja, wir haben... Okay, wir haben es. Oder hätte ich da drunter... Hätte ich da drunter durchrutschen können als... Als großer Mario? Muss ich den Pilz... Ich muss den Pilz immer noch... Ich muss den bestimmt noch behalten. Ich muss den bestimmt die ganze Zeit über behalten. Okay, ich habe ihn auf jeden Fall hier noch. Ja, ja, ja. Ich muss den behalten. Okay, okay. Coole Idee aber. Oh, oh. Ey, das ist so cool. Oh, das war wahrscheinlich schon scheiße. Ja, da brauche ich die Plattform. Deswegen R. Deswegen R, damit die resettet wird. Go! Wie... Wie der Typ, der einfach seinen Bus verpasst. Warte, da muss ich... Da kann ich bestimmt so... Reinschwimmen und dann bin ich da schnell... Wenn ich da rein... Wenn ich da schwimme, reinrutsche. Ja, nice. Oh mein Gott, ist das gut. Ja, wie soll ich denn jetzt hier den Pilz behalten? Oh mein Gott, ich nehme mich zurück. Yo! Das war ja insane. Ich mag die Eiswürstix unter Wasser brutalst gerade. Ei. Und Sariel würde an dieser Stelle sagen, nee, Urchin. So. Und das kurz mal gekletzt. Ja, und dann muss ich hier mit dem Pilz durch. Okay. Geil. Großer Fan. Großer Fan von dem Level. Das war großartig. Wahrscheinlich kann ich sogar unterwegs nochmal Erde drücken, oder? Ja, soviel dazu. Oh, so machen wir das. Ich checke's. Oh mein Gott, war das wieder gut. Die Hälfte des Levels wurde gelöst, obwohl ich's gar nicht wusste, wie... Also, das war mir ein Zufall, dass das funktioniert hat, was ich gemacht habe. Wohl. Okay, ich würde gern den Mond schaffen. Okay. Nice. Geilo. Oh, ich wollte grad sagen, die tun jetzt aber nicht mehr weh. Die tun immer noch weh. Okay, jetzt muss ich das einfach nur timen. Mit den Fischen. Okay, verstanden. Gut getimed. Muss das mit dem Block timen. Never mind. Ich dachte mit den Fischen. Nein, es geht um den Block. Gut, easy. Hui. Okay, schön. Schön, schön, schön. Das war... Das war ein echt schönes Eiswasserlevel. Hat mir gut gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.